leute bin bei der top 4 und was gibt es zu sagen alles ausgeben weil ich werde wahrscheinlich die top 4 nicht schaffen auf dem ersten anhieb jo, dad, calm und der professor ok jo, dann fehlt nur noch Theo, oder? ok, ja da ist er mit seinem dad Ja, er bereitet sich vor und ich steige es jetzt ein Ab geht's Jo Bin ich mal gespannt Und eins Also hier bereitet man sich anscheinend vor Hallo Guys Get ready Sogar mit Anzeigetafel und Arena Also echt aufwendig gemacht, Leute So Wer wird der Sieger sein Und los Los Okay, vielleicht sollte ich noch Items reintun, aber ist egal Was schon Gyarodos Buddy Lass mich nicht im Stich Direkt Direkt Nicht so effektiv Ich zeige dir mal, wie das geht Oh Ich zeige dir mal, wie das geht Okay, ich zeige dir mal, wie das oh shit get backstern xmr Ich habe einen Schweren. Ich habe einen Schweren. Ich habe einen Schweren. Oh shit Oh, ja, ja, so true. So, ja, come. Oh, shit! Den nächsten Kampf schaffe ich schon direkt nicht. Ich muss mir die Namen merken. Ha, daneben! Oh, shit! Oh, wow! Oh, shit! Ich hab's nicht wieder raus. Hang! What a match So, werde ich jetzt geheilt Ne, ne Doch So, Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, der hat schon... Ja, okay, okay. Es passt so jetzt mal. Obwohl... Ich schicke... Den hier vor. Oh... Komm, ein Feentrainer. Das sollte kein Problem sein. Das Quake! Slave Tower! Alpico! Keine Chance. Vielleicht bekomme ich ein Level ab. Nicht ganz. Ja, das war, äh... Finale. Hat mich fast umgelegt. Sylveon! Wann das denn noch kommt? Achso. Oh, shit! Crit! Den schaffe ich, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht. Oh, no! Oh, no! Nein. Eigentlich will ich ja nur so weit kommen, wie... Wie ich halt Bock hab. XP-mäßig ist das ja jetzt nicht. Ja, kein... Kein... Kein Verlust. Ist ja immer gut. Und, äh... Cash hab ich ja auch schon alles ausgegeben. So, das war's! Bin offiziell besiegt worden. Noch nicht ganz offiziell, aber... Ist schon. Gott! Das war's! Next! Cash ausgeben. Ah! Null Money! Oh, ich werde jetzt ein paar Versuche... Äh... ...brauchen. Die ersten zwei Trainer sind also immer gleich. Skippen. Bitte. Beim zweiten Mal ist es ja dann doch nicht so geil. So. So schnell wie es geht. So. Vielleicht können wir jetzt... ...noch ein Level aufsteigen. Also, wir kriegen hier schon gut XP in den Topf hier. Kann man auch immer wieder machen. Earthquake. Slamed Impact. Wow. Ach, scheiße. I don't... ...wecksend. 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 Am nächsten Mal wechseln. ...merken. ...merken. Jetzt habe ich keine Waffe... ...gegen Brüms она... ...wecka. Geil. Noch ein schlechterer Fight als die letzte Runde. Geil. Super! Und schon war's das. Eigentlich kann ich die alle rausnehmen. Irgendwie ist das eine Zeitverschönung. Geil. 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 Vielen Dank. Diese Run ist einfach noch schlechter. Hero Loom muss ich wechseln auf Gyarados und Wimsy Skirt auf Achilles. Normalerweise, wenn ich Zeit hätte, würde ich dann immer die Namen googeln und gucken, was ich am besten dagegen bekomme. Ah, ich spiele gegen die Feen-Trinnerin jetzt zuerst. Das ist cool. Mein erste Run ist einfach der beste. Ich habe einen Sizzle. Ich habe einen Sizzle. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Fies ist. Ich habe einen Sizzle. Ich habe einen Sizzle da, um mir auf den Sack zu kommen. Ich habe einen Sizzle. Ich habe einen Sizzle. 4 Jetzt kommt 5 Jo Glücklicher Zufall Das müsste das letzte Scheiße Nicht Ich müsste es mit Giftangst töten können So Sehr gut So Jetzt müsste ich tot sein Und dann habe ich den Fight gewonnen Keine XP Aber ist egal Yes Also Die beiden kommen auf jeden Fall Nur in Äh Random Line Ich Oh Ich Muss nicht vor jeder Runde Alle Regeln Das wäre schon wie die Zuschauer dann, ne? Crit Was? Wie soll ich denn jetzt Ampharos besiegen? Kacke Was? Scheiße Vielleicht flinscht der jetzt Dreimal so Donner Wow Ich frage mich jetzt das Dritte Aber ich trainiere jetzt einfach quasi, ne? Ja Ist ganz okay Das Tränen Da kriegt man jedes Mal recht viel mit SP Ich frage mich Ich frage mich jetzt Ich frage mich Ich frage mich Ich frage mich Ich frage mich Oh wow, ich bekomme nicht mehr zu viel Schaden, ey. Ich bekomme nicht mehr zu viel Schaden, ey. Oh, ich bekomme nicht mehr zu viel Schaden. Das ist mein Mann, das ist mein Mann Oh Gott Skippen Aber die XP sind einfach zu gut in diesem Fight In diesem Turnier Riff Sie ist ein nome vor allem Der wird wahrscheinlich sich umbringen, ne? Ha ha! Ich krieg die XP zwar nicht, aber... Ach, viel zu smart. Boys! Okay. 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 vielleicht wie das ich den beim ersten run gesiegt habe, hab ich den danach jetzt kein einiges mal mehr gesiegt. Das ist... blöd. Oh, okay. Okay, jetzt habe ich noch was für andere. Und für Wimzy Scott. Nee. Was? Wow, das ist doch... Wie? Ich check's nicht. Wie? Ich check's einfach nicht. Okay. 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 Ah, ich kriege davon ist crazy Stomp Jettakonjugo überlebt und Hurricane Mist Ja, aber ich bedanke mich schonmal bei euch fürs Zuschauen Das war eine halbe Stunde der Versuch die Top 4 zu besiegen bis immer bis jetzt gescheitert ist Ich werde weiter trainieren und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder